Die Luxemburgerin auf Seiten der Gäste aus Metz, 31 Jahre, mittlerweile alt, ist uns bestens bekannt. Aus der Bundesliga von 2014 bis 2020 war sie beim Fuss-Drieburg aktiv. WM-Bronze im Doppel gab es 2021, aktuell ist sie die Nummer 89, der Weltrangliste Sarah Demüt. Und auf der anderen Seite, die Erfolge von mir, ziehe ich jetzt auch mal nicht alle auf. Heute geht es darum, sie ist zurück, nach über zwei Monaten Zwangspause, nach den Olympischen Spielen, heute das Comeback. Und da schauen wir mal nicht auf die Erfolge, sondern wünschen ganz viel Gesundheit und Erfolg auf dem Weg zurück. Hier ist Nea Unger. Applaus 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 20! 40! 60! 30. AROяз! 1 Applaus 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 Das war gut so aus, dann könnt ihr jetzt das erste Spiel des Abends hören, dass nichts nach 3,6 Sekunden. Dann aber 4 Punkte am Stück und der 3 zu 0 voll für Mika Müller. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.